Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 14. Oktober. Heute haben wir dabei Libra, Current, Niantic, WeWork und Safari. Beginnen tun wir mit Libra, der Kryptowährung von Facebook. Ja, die haben schlimmische Zeiten. Denn letztens habe ich ja noch berichtet, dass Paypal ausgestiegen ist aus der Libra Foundation, also aus der Gruppe von ganz vielen großen Firmen, die die Kryptowährung unterstützen möchten. Und jetzt steigen die Nächsten aus, und zwar Visa, Mastercard, Ebay und Stripe. Die möchten jetzt auch nicht mehr mitmachen und zum Beispiel Visa hat auch ein Statement rausgegeben, wo unter anderem auch auf die Probleme mit der regleratorischen, schwieriges Wort, im Endeffekt mit den Behörden, Probleme mit den Behörden hingewiesen wird, die ja immer noch nicht so richtig mit Kryptowährungen umgehen können. Und ja, daher weiß man nicht, ob Libra zugelassen wird, welche Beschränkungen es geben wird. Und zumindest Visa möchte sich dann erstmal hinsetzen und schauen, was da passiert und vielleicht später wieder mitmachen. Ja, schauen wir mal, ob da überhaupt noch was draus wird, wenn jetzt so langsam die Partner aussteigen. Und, als ob das nicht genug wäre, es gibt auch Probleme mit dem Logo. Denn die mobile Banking-Firma Current, die haben jetzt Facebook verklagt wegen dem Logo. Die haben ein eigenes Logo, was relativ, schon sehr, sehr, sehr ähnlich ausschaut. Und, um es noch besser zu machen, die Firma, die das Logo für Calibre entworfen hat, das ist die Firma Character. Und, die kommen aus San Francisco. Ja, und die haben auch das Logo für Current entwickelt. Also im Endeffekt, die Logos, die sich total ähnlich schauen, kommen von der gleichen Designfirma. Und deswegen wird auch Character gleich mit verklagt, was fair enough auch durchaus Sinn macht. Und Current hat ihr Logo damals am 26. Juni schützen lassen. Das war ein paar Tage, nachdem Calibre angekündigt worden ist. Jetzt könnte man natürlich auch denken, ja, ist da vielleicht sogar was geplant gewesen, um Facebook mal ein paar, ja, eben nicht Libras, sondern Euros, nee, Dollars, besser gesagt, aus der Tasche zu ziehen. So, jetzt aber genug der schlechten Nachrichten rund um Libra. Gute Nachrichten für Pokémon-Go-Spieler. Denn Niantic startet jetzt Niantic Wayfarer. So, was ist das? Das ist ein, ja, wahrscheinlich Webdienst erstmal nur, in dem sich Nutzer bzw. Spieler von Ingress, Harry Potter oder, wie gerade gesagt, Pokémon Go anmelden können. Und die bewerten dann neue POIs. POIs, das sind die Arenen zum Beispiel und Pokestops in Pokémon Go. Bei Ingress heißen sie anders, bei Harry Potter auch. Das weiß ich jetzt bald nicht, weil ich bald nicht spiele. Und die kann man ja mittlerweile auch einreichen, wenn man einen haben möchte an einem bestimmten Ort. Und das wurde bislang irgendwie von Niantic selber bewertet. Und jetzt soll die Community dafür genutzt werden. Und dementsprechend kann man sich da einloggen und entsprechend die Einreichungen bewerten. Die Webseite ist online. Man kann sich mit seinem Google- und Facebook-Konto anmelden. Das funktioniert nur leider noch nicht. Ich habe zwei Google-Konten ausprobiert, die mit entsprechenden Pokémon-Go-Spielkonten verbunden sind. Einmal kommt eine Fehlermeldung, das Konto wäre nicht verbunden. Das war mein Hauptkonto, also das stimmt nicht. Und einmal gibt es einfach eine andere Fehlermeldung. Das heißt, die schrauben noch so ein bisschen. Ja, das ist auch okay. Dann würde ich aber die Webseite vielleicht nicht gerade direkt online stellen. Naja. Was wir auch ein paar Mal hatten im Geek-Talk in der Daily war WeWork. Das ist ja eine Co-Working-Firma, die in ganz vielen Ländern, in ganz vielen Städten Co-Working-Spaces hat. Meistens immer ganz toll. Und die wollten ja an die Börse gehen. Wollten sich ja mordsmäßig bewerten lassen. Und dann ist das ja alles irgendwie zusammengecrasht vorab. Ja, der ehemalige CEO ist eben der ehemalige CEO und nicht mehr. Ja, und es geht weiter runter. Die haben halt ein Riesenproblem, weil die jetzt dadurch, dass es erstmal kein Börsengang gibt, kein Geld haben. Beziehungsweise auch keine Aktien, auf die sie sich verschulden können, um ihren Expansionsdrang zu befriedigen. Ja, und einer der größten Investoren ist die amerikanische, nicht die amerikanische, bin ich blöd, die japanische Firma Softbank. Denen gehört mittlerweile ein Drittel von WeWork aus diversen Finanzierungsrunden. Und ja, die haben jetzt eh ein Problem. Die haben nämlich auch Uber mitfinanziert im Börsengang. Lief es dann auch dort nicht so rund. Und die wollen jetzt ein bisschen das Steuer in die Hand nehmen bei WeWork. Und haben einen Finanzierungsplan aufgestellt, wo der CEO noch weiter rausgezogen wird. Und Softbank dann das Sagen hat in der Firma, um entsprechend die Firma nochmal zu retten und das Ruder rumzureißen, damit das ganze Geld, was vorher investiert wurde, nicht einfach verblasen wurde. Ja, warten wir mal ab, was da passiert. Das ist schon echt ein kleiner Krimi bei WeWork. Auf jeden Fall spannend für Leute, die sich für sowas interessieren, sich da mal durchzulesen und das zu beobachten. Und letztes Thema für heute, der Safari. Der schickt ja schon länger Daten an die Google Safe Browsing Initiative. Und jetzt haben Nutzer rausgefunden im Code, dass zumindest seit iOS 13 und eventuell schon seit iOS 12.2 Apple Safari Infos auch an den chinesischen Internetriesen Tencent schickt. Und die haben nämlich auch die Safe Browsing Initiative, also ihre eigene Tencent Safe Browsing. Und das ist alles eigentlich im Prinzip ganz fein, denn Google Safe Browsing sorgt ja auch dafür, dass Phishing-Sachen früher entdeckt werden, Nutzer geschützt werden. Nur mit den gleichen Informationen könnte man natürlich auch gerade in China die ganze Sache nochmal umdrehen. Und keiner weiß ganz genau, was Tencent mit den Daten macht. Von daher ist es erstmal interessant. Man weiß auch nicht, ob überall getrackt wird oder nur in China. Und ich bin mir sicher, da werden wir noch was von hören in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen. Jo, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Habt einen großartigen Montag, bleibt positiv. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.